Wo ist die Waldraut, habe ich gefragt. Sie ist weggegangen, habe ich gesagt. Ah, wo ist weggegangen? Ja. Nein, Waldraut, bitte nicht. Nur keine Sorge, Opa. Wir werden die Oma finden. Ja. Wir werden überall suchen. Daumen vom Besten auf. Wir werden das ganze Gebiet absuchen. Und wir benachrichtigen ganz viele Freunde. So viele, wie verfügbar sind. Wir werden die Oma zurückholen.